recht herzlich willkommen zur 200 folge von towns ja wir bauen hier oben weiter in unserer großbaustelle jetzt die da etwas schwieriger ist aufgrund der gegebenheiten des hauses weil wir unter der decke in anführungsstrichen sind und dann muss fertig werden das weiß ich gar nicht ob das so geht da müssen wir gucken da geht auf jeden fall was weiterzubauen hier wird was gebracht wir haben noch das ausgewählt ja das bedeutet wir müssen hier einen stein hinsetzen ja dann kommt die türen und da kommen drei und bis dahin geht dann die mauer genau dass der raum wieder den hätten wir dann können wir schon mal so weit weitermachen wie es sein muss 3 und bis dahin so fertig das haben wir auch was das war ja passt so glaube hier ist das ähnlich zwei sind vier ne ja oder weiß ich nicht wie das klappen soll mach erstmal so dahin fertig ach so und er muss noch so und da muss auch noch so lassen wir mal so gucken was da wird da wird auch schon getragen und hingebracht und wie sieht es hier aus da ist hat eine eine hat geklappt wo sehe ich das ja der noch nicht dann können wir das aber auf jeden fall anstoßen das müsste ja auch klappen oder weiß ich nicht sehen wir dann hier geht auf jeden fall das zum mauern auch würde ich sagen und hier müsste das ja auch funktionieren machen wir da noch einen hin und dann gucken wir mal gerade wo wir die der raum da ist fertig bis auf die tür das bedeutet anlocken wir den und den können wir auch anlocken und hier im gang muss noch was hin ja dafür müssen wir das aufmachen wieder und ich glaube können ach so wenn wir dahin gehen geht das auch gut das würde da funktionieren und die drei gehen da auch hinzubauen dafür brauchen wir jetzt waren scar folgt der dann wahrscheinlich da steht da lassen wir erstmal so gucken was passiert ich glaube dieser kann nato pol dann können sie von da ausbauen das könnte gehen ja gut der ist auch schon eingebracht worden das sieht gut aus hier wird überall was gebaut wie sieht es hier links aus der zerfällt hier schon kommen dann können wir den schon kaputt machen bringt ja nichts und der da ist wohl auch schon hinfällig das funktioniert ja auch nicht mehr hier ist jetzt noch ein stein mit dem extra das ist schlecht ich weiß nicht ob die den da hinsetzen können wir können das aber mal testen so da ist ja schon mal was gebaut den da noch mal hingucken was da geht oder nicht das hat geklappt da kann ja wieder runter ja und dann fehlt da noch ein stein und dann machen wir das so zu weiß noch nicht ob das klappt sollte aber eigentlich so was haben wir da machen wir zu gucken ob das geht sollte aber auch gehen oder denke schon hier kann man was hinbauen aber dafür brauchen wir uns gar freund die müssen da so hin da ist ja schon alles geschichte das heißt der ist auch schon anlockt glaube die können wir auch anloggen weil die helfen uns da jetzt glaubt auch nicht mehr obwohl weiß ich auch nicht müssen wir gucken wie es geht oder auch nicht geht ne ja da wird jetzt nicht weiter gebaut weiß aber auch nicht so ganz genau warum da können wir noch zweimal gerade hinstellen und gucken was da wird müssen wir mal beobachten da hier sind noch drei frei da kommt wieder ein stein und der wird da oben hingesetzt ich hoffe das funktioniert dann trotzdem weil der jetzt dahin muss und wahrscheinlich geht das nicht mehr wir werden es gleich sehen das hat geklappt aber auch nur vom hinbringen ne kerze da ist auch cool ich steht da auch in der falschen stelle hier sieht es auch gerade mager aus aber da kommen neue steine ach so die wurden dahin gesetzt jetzt und da die bauen erst hier unten wieder das ist jetzt nicht so tolle ok ich glaube hier kann noch einer hin den hat man da weggenommen so hier fehlt es auch noch weil da kein scap rollte ist wahrscheinlich machen wir mal so gucken ob das geht da kommen neue steine ok da oben ist auch gebaut worden sehr schön da wurde der scap rollt weggenommen und der wird jetzt hier irgendwo hingebracht da ok sieht ja so aus als ob die beiden dahin gebaut werden könnten ok weiß nicht wo da jetzt schon gebaut ist und wo nicht hier sieht es auf jeden fall besser aus mit dem bauen ach guck mal der zerfällt hier auch jetzt weiß ich nicht was da anlockt ist natürlich irgendein anderer stein hat ja wieder super geklappt ja hier sieht es gerade mager aus mit bauen nochmal so komm wir machen mal hier eine reihe hin hat ja anders keinen sinn ok das hat geklappt den hat er da irgendwo weggenommen aber wo der weg war weiß keiner ok der wurde schon dahin gesetzt dann würde ich sagen können wir das schon mal so gestalten und jetzt mal eine pause drin weil ein händler kommt oder nee das ist noch eine alte geschichte dann haben wir einen angriff genau gucken wir uns den angriff an oh da sind reichlich viele naja aber sollten wir hinkriegen ne lassen wir weiterlaufen und dann müssen wir aber wieder hoch zu unserem anderen stelle gucken dass wir die baustelle fertig kriegen so was haben wir hier für ein problem weiß jetzt gar nicht na das ist noch im raum ok machen wir den da hin da wurde auch so ein scarfold gebaut jetzt habe ich ihn ausgewählt doch ist das richtige gut da kommt einer angeflitzt der hat den da eingebaut so nochmal verbessern und die haben wir den nicht da schon hingesetzt dann machen wir es nochmal der zerfällt da schon wieder ne und da war doch auch irgendwas mit dem stein ne da müssen wir nicht den da müssen wir den setzen der da jetzt fehlt ich hoffe das funktioniert ne sonst müssen wir den oberen noch wegnehmen kommt wieder ein stein der ist da hingesetzt worden der scarfold wird umstationiert der kommt dahin passt ist hier links was passiert ja aber der da nicht das ist doof das ist die frage wann das hier wird das ist jetzt die erste reihe ok jetzt ist die frage ob das überhaupt was wird ne ja müssen wir mal schauen momentan gibt es keine holzklötze zum bauen da kommt einer mit dem scarfold wieder an der wurde dahin gebracht ich glaube den können wir schon mal anloggen und den wahrscheinlich auch wohl den weiß ich gar nicht das hätte sein können naja muss man mal schauen wie das wird wo läuft der hin da er wird das hier unten erst nicht machen sollen vielleicht ok das hat geklappt haben wir nicht genug holz oder wie ist das das könnte natürlich auch noch sein ne das läuft da oben das dach ist gebaut der kann auch anlockt gemacht werden kommt wieder einer mit dem holzklotz den hat er dahin gebracht so die beiden müssten ja gebaut werden können auf jeden fall aber ich habe die vermutung dass das holz die holzproduktion grad das problem ist ne ja geben wir hier gerade den scarfold dahin ich glaube der ist jetzt an der falschen stelle oder könnte auch an der richtigen stelle sein gucken wir mal dass wir es da hinkriegen ok da oben ist schon gleich zugebaut der ist jetzt auf dem gang glaube ne sieht so aus auf jeden fall ne machen wir das noch dahin die klammer da gebaut reichlich ist der da unten schon gesetzt worden ne der ist da auch noch nicht gesetzt worden ist die frage ob man den irgendwo wegkriegt ne dieser raum ist da auf jeden fall zu da fehlt aber die tür da kommt ein neuer stein ok ich glaube die produktion der steine ist das problem momentan ne wir haben zu wenig holz naja das kriegen wir gleich auch noch hin das dauert halt einen moment dann länger da kommt auch wieder einer wo geht der denn nach hier ist noch ein treppenhaus ne genau für den ist es da halt näher da können wir definitiv noch was hinsetzen ach das war der rote stein der ist da jetzt weg ok wunderbar das hat dann ja wenigstens geklappt das auch jetzt müssen wir schauen ob die dann da das bauen können ich will es hoffen und wenn wir schon mal da sind ich habe die shift dass sie nicht gedrückt können wir das bestimmt auch noch machen ne mal gucken wie weit das geht so da haben wir schon was los ah da kommt ein neuer stein wo kommt der hin der kommt da oben hin sehr gut noch einer hier und der kommt da hin das gar voll wird bewegt keine ahnung wohin so da sind zwei drinnen die können definitiv anlockt werden weil der raum ist ja schon so gut wie fertig ne wo ist denn der jetzt denn gelaufen hat aber wohl gepasst ne gut außenwand ja der sims ich glaube den machen wir mal hier destroy und setzen da nochmal neun hin ja dass da einer hochsteigen kann und den stein da hinsetzen kann und das gleiche gilt glaube ich hierfür auch noch dann können wir den anlocken weil der steht ja in der ecke unter dem dach da ne sozusagen die beiden müssten es ja dann sein der dort ist können wir auch anlocken oder den hätten wir so gelassen können ne naja ist jetzt so gut kommt wieder ein stein der ist da hinten irgendwo hingekommen ich glaube da ist jetzt hier irgendwas zugemacht wo wir noch gedanken hatten dass das nicht klappt das hat dann doch geklappt ok so ja ok da sind einige blauen stellen auf jeden fall zu sehen die wir noch machen müssen aber da machen wir dann auch in der nächsten folge weiter ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss bis dann das bis dann